Wir bei Finanzmarktwelt.de werden immer wieder gefragt, was hat es eigentlich mit diesem Bluestar-Handelssystem auf sich? Wo sind die Vorteile? Wie kann man das nutzen? Und damit Sie das besser verstehen, gibt es nachfolgend ein Interview von Manuel Koch mit Wolf Dreistein, der genau das für Sie direkt mal auf den Punkt bringt. Ich wünsche viel Spaß dabei. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Bluestar. Das ist ein Trend-Folgesystem und bei mir ist Wolf Dreistein. Er ist Vice President bei der Trading House Börsenakademie. Wolf, schön, dass du da bist. Bluestar zeichnet sich durch drei Dinge aus oder kombiniert auch drei Dinge. Oszillator, Indikator und die Markttechnik. Wie funktioniert das? Nun, erstmal vielen Dank, dass du uns die Chance gibst, Bluestar hier zu präsentieren an dieser Stelle. Indikatoren, Oszillatoren, Markttechnik, was ist das eigentlich? Nun, wir sind immer auf der Suche nach dem heiligen Graal des Tradens. Tatsächlich, Manuel, du weißt es, den gibt es nicht. Aber die Kombination von drei Faktoren, die ist durchaus erfolgsversprechend und wir haben es hier realisiert. Also, Indikator, da brauchen wir so etwas wie gleitende Durchschnitte oder ähnliches. Die geben Trend-Folgesysteme vor oder die geben Trendstärken vor. Dann brauchen wir Oszillatoren. Und Oszillatoren ermitteln potenzielle Umkehrpunkte. Das kann sein, die Stochastik, RSI, MACD, ähnliche Dinge. Und schlussendlich wird das Ganze abgerundet durch die Markttechnik. Hier bei uns in Form des Fibonacci-Retracements. Wie erfolgreich ist das? Nun, dazu habe ich uns mal einige Screenshots mitgebracht. Gerade aus der letzten Vergangenheit, hier der letzte vom 4.9., wenn wir uns das mal anschauen. Wir sehen, hier wurde ein Signal generiert, das 127 Punkte tatsächlich erwirtschaften konnte. Leider bewegte sich das geringfügig außerhalb der festgeschriebenen Einstiegsregeln, sodass der Trade, der 10 Punkte realisierte, aber tatsächlich umgesetzt werden konnte. Schauen wir uns andere Screenshots an. Hier einer vom 1.9., also von Anfang des Monats. Der entsprach 100% den Regeln und konnte mit 74 Punkten beendet werden. 28.8., auch noch nicht so alt. Da sehen wir einen Plus von 60 Punkten. Durchschnittlich werden ein, zwei Trades am Tag generiert. Dann der 21.8., das habe ich mal mitgebracht als Negativbeispiel. Hier sieht man zwei Verlusttrades, zwei Fehlsignale, die eben aufgrund der Seitwärtsrange hier zustande kamen. Jeweils fünf Punkte, die Drawdowns sind entsprechend gering. Was heißt denn Fehlsignal in dem Zusammenhang? Fehlsignal heißt, dass nach einem lang anhaltenden Trend der Chart oftmals in eine Seitwärtsrange übergeht. Seitwärtsrange bedeutet, wir haben wenig Bewegung, wenig Volatilität. Und in dieser Phase bewegen wir uns im überkauften oder überverkauften Bereich. Und ja, leider können wir das nicht ausblenden. Da generieren wir eben kleine Drawdowns. Gut, der nächste Punkt, das ist natürlich ein sehr schöner Chart. Hier haben wir 120 Punkte auf der Long-Bewegung mitnehmen können, um oben dann die Position zu drehen und weitere 78 Punkte zu realisieren. Und schlussendlich, der letzte Screenshot, den ich euch zeigen möchte, der brachte tatsächlich 284, 285 Punkte. Ja, auch hier aufgrund einer Zinssenkung kam es da zu entsprechenden Verwerfungen an den Märkten. Für wen ist das was? Ist das auch was für Anfänger? Auf jeden Fall. Denn gerade Anfänger sind in der Lage, Bluster konkret anzuwenden und damit Gewinne zu realisieren. Es ist nicht mehr Stochern im Nebel, es ist wirklich Handeln nach konkreten Setups. Und das ist ganz wichtig, gerade für Anfänger. Wo kann ich mir das anschauen und vielleicht sogar testen? Nun, am besten gehst du gleich mal auf unsere Internetseite www.trading-haus.de und dort im Bereich Börsenakademie auf Bluster. Da besteht die Möglichkeit, das Ganze 30 Tage kostenlos auszuprobieren. Kostet das generell was? Nun, nach diesen 30 Tagen besteht die Möglichkeit, in ein Live-Abo überzugehen und dann würden Kosten von 89 Euro entstehen monatlich, wobei Kunden Rabatte bekommen und ab einer Kontogröße von 25.000 Euro wird das ganze System kostenlos. Wolf, danke dir für diesen Einstieg in Bluster, in das Trendfolgesystem. Danke, dass du da warst. Wolf Dreistein, Vice President der Trading House Börsenakademie und danke euch und Ihnen fürs Zuschauen. Vielen Dank.